Ein ausgemustertes russisches Atom-U-Boot ist in der Barentssee gesunken. Vom Wrack des Bootes, vom Typ K-159, geht nach Angaben der Marine keine Gefahr aus, da die Reaktoren abgeschaltet gewesen seien. Bis zu neun Seeleute kamen ums Leben. Das Unglück ereignete sich während eines Sturmes vor der Halbinsel Kola. Das U-Boot sank, als es zur Verschrottung in eine Werft geschleppt wurde. So ruhig und sicher zieht man den U-Boot-Riesen durch die Meeresfluten, bei Windstille und den Hafengewässern. Doch gestern Nacht geriet ein Boot der gleichen Klasse, das über 100 Meter lange K-159 in schwerer See und die Besatzung in tödliche Gefahr. Das mit Atomreaktoren bestückte Ungetüm war schon seit 1989 außer Dienst und sollte nun endlich zur Verschrottung und Demontage der Nukleartriebwerke geschleppt werden. Die liegen jetzt 170 Meter tief in der Barentssee. Abgeschaltet, sagt die russische Admiralität, aber die Brennstäbe sind natürlich noch im Bauch des gesunkenen Schiffs. Putin erreichte die Hiobsbotschaft in Italien, wo er Berlusconi traf. Heute wollte er mit seinem Besuch auf dem russischen Raketenkreuzer Moskau, der extra ins Mittelmeer ausgelaufen war, die Großmachtrolle Russlands unterstreichen. Nun holte ihn die Wirklichkeit der russischen Kriegsflotte ein. Wir müssen unbedingt die Ursache genau erforschen, denn das Meer vergibt uns nichts, auch nicht den kleinsten Fehler. Der Untergang der Kursk ist in Russland genau in Erinnerung und auch, wie die Öffentlichkeit und die Angehörigen der Opfer lange getäuscht wurden. Nun sind hier in drei Monaten Parlamentswahlen und gerade in diesen Zeiten kann die Regierung Putins solche schlechten Nachrichten wie die von heute gar nicht brauchen.